Hallo, in diesem Video setzen wir SEIN und HABEN ein. Lesen wir die Sätze. Punkt, 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 in einem Café geblieben und Punkt, 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 uns amüsiert. Setzen wir ein. Ich habe dich gestern gesehen. Wohin bist du gegangen? Kurz nachdem ich dir begegnet bin, habe ich leer getroffen. Wir haben uns unterhalten und sind in einem Café geblieben und haben uns amüsiert. Und jetzt noch einmal. Ich habe dich gestern gesehen. Wohin bist du gegangen? Kurz nachdem ich dir begegnet bin, habe ich leer getroffen. Wir haben uns unterhalten und sind in einem Café geblieben. Und haben uns amüsiert. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, tschüss und jetzt die Wiederholung. taulord. Bis dann, tschüss. Jetzt, auf's verseworm Upt. Dann, tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.